Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. In der Serie Maui Snacks möchte ich euch zeigen, wie ihr einfache Animationen in .NET Maui erstellen und ausführen könnt. Viel Spaß dabei! Schon zu Zeiten von Xamarin Forms war es relativ einfach, Animationen auf beliebige UI-Elemente anzuwenden. Ausgangslage für dieses Video bildet ein neues .NET Maui-Projekt in Visual Studio. Wir entfernen zunächst den Inhalt der Main-Page und vergessen dabei auch nicht die Code-Behind-Datei. Anschließend erstellen wir ein neues Vertical-Stack-Layout und darin ein Button und ein Image. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wenn wir nun den Button drücken, so soll sich das Bild einblenden und beginnen zu drehen. Dazu implementieren wir das Click-Event auf unserem Button. Zunächst lassen wir das Bild sich einblenden. Anschließend lassen wir das Bild sich rotieren und setzen anschließend die Rotation wieder zurück. Zu guter Letzt lassen wir sich das Bild wieder ausblenden. Schauen wir uns das Ganze doch einmal an. Hier seht ihr die Variante unter Windows. Wenn ich nun also den Button klicke, so wird das Bild zunächst eingeblendet und anschließend wird es rotiert, bevor es sich wieder ausblendet. Wie müssen wir denn nun den Code anpassen, sodass bereits während dem Einblenden des Bildes dieses sich auch dreht? Hierzu passen wir zunächst die Länge der Fade-To- und Rotate-To-Animation an, und zwar von einer Sekunde auf 2,5 Sekunden. Anschließend warten wir nicht, bis die Animation fertig ist, sondern speichern uns die Animation in einer Variablen. Mit der Hilfe von Task-When-All warten wir nun, bis alle Animationen fertig sind, bevor wir das Bild wieder ausblenden. Schauen wir uns das Ganze doch jetzt noch einmal an. Hier wieder das Windows-Beispiel. Nun ist es manchmal so, dass man gar nicht weiß, wie lange die Animationen angezeigt werden sollen. Zum Beispiel, wenn man eine Animation für das Laden von Daten erstellen möchte. Dieser Vorgang kann manchmal recht schnell, aber bei schlechten Internetverbindungen auch länger dauern. Dafür steht .NET MAUI die Klasse Animation bereit. Sofern man diese richtig konfiguriert, kann man eine Animation beliebig oft wiederholen, bis zum Beispiel ein gewisses Ereignis eintritt. Zunächst entfernen wir die Eigenschaft Opacity auf dem Bild. Anschließend erstellen wir uns eine private Variable mit dem Namen myCustomAnimation vom Typ Animation. Im Konstrukt oder Main-Page erstellen wir uns nun das Animation-Objekt. Wir setzen die Rotation unseres Bildes entsprechend und sagen der Animation, dass die Animation bei 0 startet und bei 360 endet. Beim Easing entscheiden wir uns für Cubic-In-Out. Nun kümmern wir uns noch um unser Clicked-Event. Hier starten wir unsere Animation, indem wir Commit aufrufen. Hier können wir wieder ein paar Werte übergeben. Dazu gehören zum Beispiel der Name der Animation, in meinem Fall Animate, oder auch die eigentliche Länge mit einer Sekunde. Die Methode hat auch noch zwei Callbacks. Der erste Callback wird aufgerufen, wenn die Animation beendet ist. Hier setzen wir die Rotation also wieder zurück und der zweite Callback steuert, ob die Animation wiederholt werden soll. Dies ist bei uns der Fall und daher geben wir hier einfach True zurück. Anschließend simulieren wir eine Pause von fünf Sekunden, bevor wir die Animation über die Methode AbortAnimation abbrechen. Schauen wir uns das Ganze doch einmal an. In diesem Video habe ich euch gezeigt, wie ihr mit wenig Aufwand jedes beliebige .NET MAUI-Control animieren könnt. Dazu stehen verschiedene Methoden wie Fade-to, Scale-to oder auch Rotate-to zur Verfügung. Außerdem habe ich noch gezeigt, wie ihr mehrere Animationen parallel durchführen könnt und auch wie man eine Animation wiederholen kann. An dieser Stelle auch noch einmal der Hinweis, dass gerade der letzte Part auch gut durch eine Property im View-Model gesteuert werden kann. Vielen Dank fürs Zuschauen und seid auch beim nächsten Video wieder mit dabei. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020